Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Guild Wars 2. Mein Name ist Kubaner und wir sind bei den Miniaturen und jetzt haben wir, ja, ist zu einfach, Mini-Tiger, ja, so heißt er, recht einfach zu sehen und zu merken. Ja, den Mini-Tiger konnte man für 350 Edelsteine im Edelsteinshop kaufen, aber er war auch tauschbar mit Schwarzlöwentickets für Miniaturen. Meines Wissens ist er derzeit nicht im Angebot für die Tickets. Jetzt, ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, aber ich glaube nicht, dass dem so ist. Er ist tatsächlich nicht handelbar, das heißt accountgebunden, also man muss tatsächlich warten, bis er entweder wieder im Edelsteinshop ist, wenn man ihn unbedingt haben möchte, oder tatsächlich wieder für Tickets zu tauschen ist, denn ansonsten kriegt man ihn eben derzeit nicht. Wo ist er denn? Und da ist er. Ja, und es ist halt ein Tiger, ne? Also, sehr schön von der Bewegung her, finde ich. Da gefällt er mir wirklich gut. Ist auch von der Größe her ordentlich, also natürlich größer als jetzt zum Beispiel die Katzen, die wir schon hatten, aber tatsächlich nicht wesentlich größer, aber ich finde ihn tatsächlich von der Größe her sehr in Ordnung. Gefällt mir gut. Na, kommen wir ein bisschen raus hier aus dem Gras. Na, da ist er ja. So, ja, sehr schönes Tierchen. Mir gefällt er. Derzeit allerdings nicht zu erwerben, und zwar weder im Edelsteinshop noch für die Tickets. Das heißt, man muss also warten, bis es ihn mal wieder gibt. Dadurch, dass er accountgebunden ist, kann man ihn eben nicht im Handelsposten kaufen oder verkaufen. Aber hier könnt ihr ihn derzeit auf meinem Kanal sehen, und wenn es ihn dann gibt, dann solltet ihr zuschlagen, wenn euch ein Mini-Tiger gefallen würde. Bis dahin, euer Kubaner. Ciao.